Ich habe hier nichts, wie Sie sehen, es ist leer. Und ein Zug. Und ein Würfel. Ein Würfel. Okay. Und ein Kästchen, wie Sie sehen, ist leer. Ist leer? Sagen bitte Ja. Danke. Ihr seid sehr lieb. Hier rein. Aufmachen. Und Würfel im Kästchen. Drei. Okay. Und zu. Und Deckel zu. Und hier ist? Nichts. Nichts. Sehr gut. Und wir machen das zu. 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 Achtung. Halten Sie mal richtig fest. Nicht loslassen. Nicht weggeben. Ich gucke schon. Nein. Gib ihn nicht. Okay. Halt mal ein bisschen oben. So machen das sehr gut. Wie lange können Sie so fest sein? Danke. 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 Halt mal ein bisschen. Machen Sie bitte auch das Top wegmachen. Wie haben Sie das denn geschafft? Ihr zaubert! Super! Was haben wir denn an dir? Ja, genau. So, danke schön. Danke schön. So, kommen Sie bitte. Nehmen Sie bitte Platz. Die Glas ist sehr toll. Hallo. Wow. Wir wollen Sie mal ganz gut kennen. Sie heißen? Joke. Noch mal? Joke. Gut. Sie kommen aus Holland? 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 Deswegen heißen Sie so komisch. Okay. Sprechen Sie auch gut Deutsch? Nicht. Ein bisschen. Macht nichts. Nein. Aus welcher Stadt kommen Sie aus Holland? Ich kenne sowieso nicht Holland, aber egal. Denmark. 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 Wow. Gut. So. Was ist das? Kumkummer. Kumkummer. In Holland. Kumkummer. In Deutschland. Oh. Nein. Gurken. 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 Türkische Gurken. Klein, aber schmeckt sehr gut. Türken haben kleine Gurken. Das finde ich nicht lustig. Ich meine als Salat. Habe ich gesehen. In Deutschland groß. In Holland. Oh so big. Ha 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 ha. Türkisch. Small wine. Bitte. Nein. Sie auch noch. Und was hier? Karotte. Karotte. Super. In Holland. Bei. Warton. Warton. Gut. So. Ich habe diesen Trick vorher vier Mal vorgeführt. Zwei Mal Schick gegangen. Ich hoffe, heute klappt es. Ein 3D Trick vorher. Vier Mal. Und zwei Mal. Ich hoffe, wir sind sehr glücklich. Ich habe einen Trick. 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 Wir gucken, wie das funktioniert. Okay. Ja, wirklich alles vor. Über Kallung. Ich habe einen Trick. Über Kallung. Ich muss hier was rein tun. Warte, komm doch, wenn man alleine ist, sauber. Okay. Können Sie bitte kurz wegkommen? Ja. Bleib so. Warte, warte, warte. Guck, guck, guck. Okay. So. Sie können gucken. Okay. Welche Hand benutzen Sie? Rechts oder links? Stecken Sie linke Hand. Da rein. Steck rein. Oh, Spaß. Steck rein. Steck rein. Wir machen hier keinen Spaß. Okay. Achtung. Locker lassen. Relax, relax. Eins, zwei, drei. Und hier diese Karotte. Kommt in diesem kleinen Loch rein. Wenn es oben knackt, unten auch. Ja. Achtung. Sind Sie bereit? Du brauchst keine Angst haben, okay? Ja? 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 Du kennst es sowieso nicht. Okay. Sie können uns werden, ja? Keine Angst. Ja? Wenn es nicht klappt, klappt nicht. Schicksal. Eins, zwei, drei. Fühlst du was? Fühlst du was? Oha. Sie hat natürlich gesagt. Hab ich da was falsch gemacht? Okay. Wir probieren nochmal. Keine Angst. Ich bin versichert. Bitte? Ich freu mich auch. Ich freu mich, dass Sie auch versichert sind. Meine sind in der Türkei. Wollen Sie bis dann nur die Hälfte? Okay. Eins, zwei, drei. Fühlten Sie immer noch was? Ja? Oha. Kann man da? Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön! Bravo!